herzlich willkommen auf lh cyber security und schön dass du dabei bist wir schauen uns heute an was ist ein ctf und für was benötigen wir das ganz kurz gesagt wir brauchen es um unsere hacking skills zu erweitern also wenn du besser werden willst im hacking bereich it sicherheit ist das genau das richtige für dich und dann würde ich empfehlen das video komplett anzuschauen weil dann weißt du genau wie du starten kannst und deine skills aufs nächste level bringen kannst genau ich würde sagen let's go starten wir inhaltlich mit erklärung ist dabei die arten von cts welche seiten es gibt ganz interessant und natürlich auch noch ganz wichtig sind die tipps die du anwenden kannst um den maximalen erfolg rauszuholen gut beginnen wir gleich mal mit der ersten folie und heftiger übergang ihr kennt es ihr wisst es ich mag gute übergänge und ja erklärung ausgeschrieben heißt ctf capture the flag also auf deutsch eroberte die flagge gibt es auch in computerspielen counter strike call of duty gibt es diesen spielmodus auch capture the flag aber wir schauen uns jetzt im bereich cyber security an und hier geht es einfach darum hacking challenges zu lösen gut ja wir schauen uns die nächste folie an was gibt es für arten also es gibt einmal den jo party style das ist sowas ähnliches wie eine quiz show also es gibt fragen zum hacking bereich was ist binär code 100 zum beispiel und dann wenn du es richtig erraten hast oder gewusst hast dann kriegst du eben die punkte und so kannst du eben deine skills steigern und anhand punkte erfolgs erlebnisse noch dazu bekommen genau dann gibt es den modus attack attack and defense das ist ja sowas wie cyber war ein team versucht eben oder jedes team bekommt einen computer und versucht ihn zu verteidigen und das andere team versucht eben sicherheits lücken zu finden da müssen die ihm wieder gepatcht werden und so weiter das muss jetzt nicht genauso ausschauen wie ich es gesagt habe aber so in der art einfach angreifen und verteidigen und man kann das ganze auch alleine machen es muss kein team sein genau dann haben wir das wichtigste die seiten auf denen du ctf machen kannst ich habe die dir aufgeschlüsselt was für welchen bereich am besten ist und ich beginne gleich mal mit meiner lieblingsseite das ist drei hack das ist relativ gut für anfänger aber geht auch aufs fortgeschrittene level oder profi das gibt kein ende sozusagen der vorteil ist hier dass es relativ gut erklärt ist und ja es ist zwar leider auf englisch aber mein gott als hacker muss man eben halt gut mit englisch umgehen können und ja kann man sich auf jeden fall einlesen wenn man es nicht kann kann man es auch übersetzen lassen genau dann hackt box das ist für fortgeschrittene bis profis und hier ist es auch so um sich anzumelden zu können muss man erstmal eine hacking challenge schaffen damit man ein aktivierungscode bekommt mit dem man sich dann registrieren kann also es auch nicht ganz ohne falls da jemand nicht weiterkommt ihr könnt mir gerne privat auf discord schreiben oder instagram je nachdem und dann helfe ich euch da euch anzumelden genau dann route me ist auch eine ganz coole seite ist eine alternative zu den oben zwei genannten route me.org ist auch nicht schlecht habe ich auch schon mal ein video gemacht kann ich euch oben einblenden und ja dann kommen wir zum nächsten over the wire.org das ist für linux mehr so also gibt es überwiegend linux challenges und ctftime.org da kann man als gruppe zusammen agieren und challenges eben erledigen dann gibt es noch hack me das ist eben spezialisiert auf web hacking also webseiten und sowas genau man sieht schon wieder nicht jetzt seht ihr alles gut und dann kommen wir zu den tipps also ganz wichtig hier ist auch auf jeden fall bei cts man darf sich nicht verrennen weil viele cts sind eben einfach zum spielen da aber die bringen oft nicht das richtige erlebnis wie beim wenn man jetzt für eine firma die sicherheit testet zum beispiel oder ja zu hause eben da musst du dir eben real life challenges suchen die eben an echte sicherheits lücken oder echte probleme angelegen sind so bei cts die werden halt so programmiert dass man immer ein flag finden muss also eine datei in deren code drin steht und den muss man dann eingeben um die flag oder um die challenge abzuschließen aber da gibt es eben halt wie schon gesagt nicht so gute und die bringen dir halt eigentlich relativ wenig deswegen versuch immer sicherheits lücken zu finden oder cts zu finden die sicherheits lücken verwenden die auch in real life häufiger auftreten da gibt es die osc 10 das sind die top sicherheits lücken die es gibt und ja such dir cts wo diese eben vorkommen oder verwendet werden genau wenn du nicht weiter kommst nächster schritt passiert auch häufig mir auch teilweise also was heißt teilweise kommt darauf an wie schwer die ctf ist aber wenn ich so eine richtige hardcore macht dann komme ich dann natürlich auch oft nicht weiter dann schau dir die lösungen auch an auf jeden fall weil auch wenn du dir die lösungen anschaust lernst du wieder was du lernst wie man dann vorgeht merkst du den vorgang und kannst es dann vielleicht bei der nächsten anwenden natürlich solltest du eine gewisse zeit das trotzdem probieren denn das steigert auch noch mal das level von deinem kopf oder die vorgehensweise aber wenn du wirklich verzweifelt und merkst du hast keine lust mehr du willst einfach gar nichts mehr hacken so weiß zu hart ist dann schau dir lieber die lösung an bevor du deprimiert den pc ausschaltet oder irgendwas ja genau oder du machst eben eine andere ctf und schiebst die nach hinten bis du eben auf das level kommst dann kannst du dich vielleicht später mit neu erlangten wissen lösen genau dann auch noch mal ein wichtiger punkt mehr leute mehr spaß wenn du cts mit anderen leuten macht macht es natürlich mehr spaß weil man hat so mehr kontakt zu anderen leuten und das ist meistens gut und man lernt natürlich auch von den anderen wie die vorgehen was die für tricks haben und ja es wird auch nicht so schnell langweilig weil man ja zu zweit zu dritt ist oder je nachdem und man hat halt dadurch eben den größeren lerneffekt weil man von den anderen eben ja was mit bekommt so wie die vorgehen genau dann war es das hier auch schon ich wünsche dir mega viel spaß beim üben es bringt es auf jeden fall cts zu machen um die ganze it und das cyber security sektor besser zu verstehen wenn du leute suchst mit denen du cts lösen willst kommen in unseren discord da werde ich jetzt dann eine spalte cts nochmal gründen und das wird jetzt alles aufgebaut so also ich schätze mal so in den kommenden monaten wird sich da einiges was tut einiges tun und wenn du da dabei bist dann hast du auf jeden fall schon mal kollegen oder freunde mit denen du da zusammen cts lösen kannst und dann würde ich sagen noch wenn dir das video gefallen hat lassen like da abonniere den channel macht die glocke an und lassen kommi da wie das video gefunden hast oder wenn dir noch irgendwas einfällt du fragen hast ich bin immer da für dich und ansonsten würde ich sagen happy hacking und bis zum nächsten video peace